Jo, euer Falgi ist hier und das ist jetzt schon die dritte Aufnahme, mal gucken ob die wieder gut läuft, weil bei der ersten habe ich was vergessen, bei der zweiten habe ich mein Handy gerade gespackt, ja, ich habe es schon wieder vergessen, egal, jo, euer Falgi wieder hier und ich weiß endlich was ich für ein Video mache, auf YouTube, äh, ein Faktenvideo mache ich bald über mich, über wen sonst, und da freue ich mich schon so drauf, ey, dass ich euch Fakten von mir erzählen kann, die mich übelst abfacken oder die ich auch mag, ach ja, Dankeschön an 18 Abonnenten und 101 Aufruf auf ein Fußballvideo, es kommen jetzt mehr Fußballvideos raus, aber auch vielleicht Gameplays auf meinem Handy, weil ich weiß noch nicht, wie man das bei COD aufnehmen kann, da brauche ich erstmal so eine Software für ein Computer, glaube ich, wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare, und, ja, bei diesem FAQ, äh, Faktenvideo, sorry, ähm, tu ich vielleicht den einen oder anderen Freund mit rein, also Kollegen, ach ja, apropos Kollegen, ich danke an die geile Zeit, Erik, 11 Jahre sind wir bis jetzt befreundet, 11 Jahre, alter, übelst heftig, ja, meine Handzitter, weil, ja, so, 11 Jahre, 11 Jahre, also, das geht nicht, ich habe nur gerade, ich habe gerade vergessen, schon wieder mal auf deinem, auf deine Nachricht zu gucken, was dein neuer Account ist, ja, mache ich später, schreibe es in die, ähm, schreibe es in die Kommentare, dass die ich abonnieren soll, oder sag es dir jetzt, ja, Jo, und, das wollte ich noch sagen, das wollte ich eigentlich noch gerade, ich habe voll viel gehabt, aber wenn ich die ganz, kompletten Zeiten, mein Handy neu starten musste, beziehungsweise, eine neue Aufnahme machen musste, äh, Aufrufe habe ich euch schon gesagt, das ist übelst heftig, und es kommt ja, wie gesagt, und, ähm, ich wünsche euch noch die, und ich wünsche euch noch, schöne zwei Feiertage, also bei uns sind es zwei Feiertage, und noch ein schönes Wochenende, und jetzt nicht, erzähle ich euch bei dem Faktenvideo, warum ich den Schaden dauernd trage, okay, gut, okay, muss ich irgendwas, irgendwas erwählen, erwählen, Achja, sorry, ScrochyTV, dass ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe, der heißt mich, nicht ScrochyTV, der heißt ScrochyTV, ja, abonniert den, ist ein cooler Junge, cooler Abon, Abon, Abonnent, und YouTuber, Jo, er macht FIFA-Videos, wie ich es ja schon gesagt habe, ich starte jetzt schon wieder gerade, als, hätte ich nie Ahnung, was ich machen soll, obwohl ich wirklich weiß, was ich machen soll, okay, dann haut rein, Ciao, Ciao,